Na alle zusammen, mich hier ist wieder euer Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge von meinem Gold-Tagebuch präsentieren. Das soll jetzt auch die letzte Folge vom Release sein. Morgen kommt dann das Add-on raus und wir wollen uns jetzt einmal angucken, mit wie viel Gold ich in das Add-on starte, beziehungsweise was ich noch gemacht habe an Gold mit den Sachen, die ich abverkauft habe von BFA, jetzt kurz vom Add-on start. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir einmal in meine Finanzen rein. Und ja, ich kann euch was zeigen. Moment, das machen wir jetzt mal rot hier. Halt, wir machen es anders. Wir machen das so rot. Schriftfarbe, rot. Ich habe ein bisschen Minus gemacht, tatsächlich. Liegt daran, ich habe mir ein bisschen viel Transmog gekauft. Und ich glaube, dass die letzte Folge hatten wir so vor 2-3 Wochen und da war ich noch bei 12 Millionen Gold. Der eine oder andere hat bestimmt meine Waste-of-Money-Videos verfolgt und ich habe mir ein bisschen was gekauft. Ein Transmog, hier mal ein T3-Teil für 800.000, hier mal ein anderes Transmog für 1.000 Gold, hier mal für 2.000 Gold ein bisschen Berufszeug hergestellt und so weiter. Also es summiert sich leider. Und ich glaube, ich habe jetzt in 2 Wochen, 2,5 Wochen 8,5 Millionen Gold ausgegeben. Ja, sieht halt nicht mehr so rosig aus. Ich habe jetzt hier auf meinem Main, mit dem ich in Shadowlands rein starte, noch 175k Gold. Beziehungsweise auf dem Account haben wir noch 369.000 Gold. Also für meine Verhältnisse nichts mehr. Gerade so, dass ich nur rappen kann. Auf dem zweiten Account sind wir noch bei 3.300.000. Also da haben wir noch ein bisschen was, aber ist natürlich auch nur noch ein Bruchteil von dem, den ich hatte. Ich bin jetzt runter von 12 Millionen auf 3,7 Millionen. Also wirklich ein herber Einschnitt. Aber ich dachte mir, komm, hier vor Shadowlands, ich will mir noch ein paar Sachen kaufen. Gab nicht mehr viel zu tun. Und wenn einem langweilig ist, dann gibt man halt Geld aus oder Gold in WoW. Und ja, jetzt sind wir nur noch insgesamt bei 3,7 Millionen. Ist aber nicht so schlimm. Wir werden bestimmt in Shadowlands wieder Gold machen. Und vor allem, wir gucken uns jetzt an, wie viel Gold wir aus dem Postkasten rausziehen. Denn ich habe nämlich noch alles, was ich jetzt über die letzten Monate im Auktionshaus hatte, versucht abzuverkaufen. Habe nichts mehr Neues hergestellt. Also wir haben keine Herstellkosten gehabt, außer für Transmog, was ich selbst gelernt habe. Aber wir hatten keine Kosten dementsprechend für Items, die wir zum Gold machen hergestellt haben. Da sind quasi null Kosten angefallen. Und alles, was wir jetzt einnehmen, ist quasi, ja, noch der Gewinn, den wir da rausziehen. Ich würde sagen, wir starten bei meinem Main-Charakter. Und zwar hat der einmal Schmied und Lederer. Und ich kann euch mal zeigen, was ich noch überhabe an Items. Das ist alles, was ich noch im Auktionshaus habe. Das sind vielleicht 10, 20, 15, 20 Items, irgendwie sowas um den Dreh rum. Nicht mehr viel. Das ist das, was ich nicht verkauft habe. Mit dem habe ich normalerweise über 100 Items im Auktionshaus drin, würde ich jetzt mal behaupten. So, was haben wir jetzt hier verkauft? Wir haben 151 Verkäufe. Und von diesen 151 Verkäufen haben wir hier schon mal 200 K. Und ihr seht, einige Sachen sind tatsächlich gut weggegangen. Hier viel von dem Mist hat auch nichts mehr gebracht. Aber Hauptsache weg damit. Wir haben auch teilweise hier für 11.000 was verkauft. Hier nochmal für 11.000, für 14.000. Nochmal für 11.000. Also es ging einzelne Teile auch für ganz gut Gold weg. Und wir gucken jetzt mal, was wir rausziehen. 200 Gold sind jetzt gerade auf der Liste. Ich war vorhin gerade Karasan, um noch ein bisschen Zweitransmog zu farmen. Die 200 Gold müssen wir dann halt fiktiv danach nur abziehen. Aber ich glaube, das sind Peanuts. Das ist relativ uninteressant. Ich habe jetzt hier bei dem ersten Account einmal den Sound ausgeschalten. Einfach, dass wir keine Doppelbeschallung haben. Dass wir da nicht das Problem haben. Und ihr seht, ich habe auch ein paar Matts noch verkauft. Nebelschuppen habe ich verkauft. Dann die Knochen, Sturmbike. Einfach dieses ganze Zeug raus. Denn ich möchte so ein bisschen dieses BFA-Zeug loswerden. Mal einen Clearing Cut haben. Und dementsprechend dann im neuen Addon mit den neuen Sachen starten. Ich vermute nämlich, dass auch die BFA-Items, die ich jetzt noch habe. Die vormals 400er Item Level. Jetzt, ich glaube, 72er Item Level Geschichten. Dass die nicht mehr wirklich großartig weggehen. Vielleicht noch für Transmog-Zwecke. Aber nicht mehr im großen Ziel. Und ihr seht, ich habe auch gesehen, auf der Bank hatte ich ein bisschen Blut von Sageras noch. Das habe ich gegen Hochberglachse umgetauscht. Und tatsächlich, diese Hochberglachse habe ich verkauft. Mehrere tausend Gold über die Hochberglachse tatsächlich noch verdient. Also gar nicht mal so schlecht. Weil ich habe dann so ein bisschen auf meiner Bank rumgeguckt. Die sieht jetzt wieder schlimm aus. Aber ich hatte hier unten noch alles mögliche an Mats. Das meiste habe ich auf einen Twin geschickt. Und verkaufte es mit meinem Crapture in Anführungszeichen. Aber ich hatte halt auch noch viel drauf. Jetzt sind hier noch mehr Blut von Sageras. Ich denke mal, ich werde noch mehr Hochberglachse kaufen. Ich verstehe zwar nicht, warum die Leute kaufen oder für was sie die brauchen. Aber sie werden verkauft. Und das war auf Antonellas zumindest die Geschichte, die am meisten Gold versprochen hat. Gut, dann schauen wir mal, was wir jetzt overall eingenommen haben. 350.000. Gut, ich kann den Shadowlands doch rappen. Jetzt haben wir hier wieder eine halbe Million. Das ist doch schön. Zumindest etwas. 350.000 haben wir jetzt plus gemacht mit dem Zeug noch. Wie gesagt, die paar restlichen Crap-Items, die ich jetzt hier noch drin habe. Da müssen wir mal noch gucken. Wir können uns mal nebenbei schon mal wegporten. Und wir gucken jetzt aber schon mal auf den zweiten Account rein. Und zwar habe ich meinen anderen Druid hier in die Garnision gerettet. Denn ich wurde von dieser Ghoul-Armee immer wieder umgeboxt, während ich Sachen verkaufen wollte, was sehr nervig war. Und dementsprechend habe ich mich mit meinen Twings hier geflüchtet. Seht, da habe ich jetzt aus Kara schon ein paar Sachen wieder rüber geschickt zu meinem Crap-Char. Hier unter anderem Rezept, was ich gekriegt habe. Aber mit diesem ganzen Zeug kann man tatsächlich auch Gold machen. Das ist jetzt der Char, der alles mögliche an Crap hat. Und zwar habe ich mit dem relativ viele Items drin. Denn wie ihr hier seht, Moment, schieben wir es mal hier rüber, sind es hier ganze 280 Items haben wir drin. Das müssten alles Verkäufe sein. Und mit dem verkaufe ich wirklich alles. Von irgendwelchen Belgen, Shark-Kristallen, über Leder, was ich noch überhaupt von Craften. Was haben wir hier? Flüchtiges Leben hat man auch was über. Echt-Gold-Bahn. Das sind jetzt auch viele Sachen dabei, die ich vom Craften von Mamein noch über hatte. Dann verfluchtes Andenken habe ich gekriegt. Ah, das habe ich sogar schon verkauft. Das war von dem Event 21K. Da sagt der eine, oh, hast du für 21K noch verkauft? Aber das sind die neuen Andenken. Die sind leider nicht so viel wert. Das dachte ich mir, komm, einfach weg mit dem Scheiß. Und ihr seht, sehr, sehr viele kleine Beträge. Es sind aber auch hier ein paar größere Sachen dabei. Und zwar hier unten haben wir ein bisschen was aus den Säcken von den Insel-Expeditionen. Da habe ich ja ein paar aufgemacht. Und dort habe ich ein paar Set-Items rausbekommen. Diese Feuerkinn-Geschichte. Und die sind ziemlich viel wert. Hier 42.000, 45.000, 14.000. Also da haben wir ganz gut was verkauft. Alleine hier sind schon mal 88.000 drin. Denn ich habe auf Antonytus auf dem Zweierkant auch nur noch 300.000. Verteilt auf die ganzen Chars, wo ich dann halt Transmog am Kaufen bin. Und ich hatte jetzt halt, bevor ich das gerade aufgemacht habe, nicht mehr eine halbe Million auf Antonytus. Also wenn ich mir irgendwas Teures kaufen hätte wollen, sähe es schlecht aus. Jetzt haben wir ja wieder 350k mit dem Main rausgezogen. Mit dem hoffe ich, dass ich auch nochmal ordentlich was rausziehe. Alleine hier sind ja jetzt schon mal 180.000 auf der Liste. Und jetzt gucken wir mal, was dann da noch mehr reinkommt an Items, wenn wir das alles rausnehmen. Weil ich bin mir jetzt jeden Tag auch am Scannen nach Transmog für alle Klassen und auch nach dem Zweit-Transmog. Und ich kaufe mir halt alle Sachen bis 1.000 Gold. Und wenn da halt 20 Sachen drin sind bis 1.000 Gold, dann kaufe ich die halt. Und so geht halt, und das mache ich auf allen Servern übrigens, und so geht halt auch schon viele Kleinbeträge raus tatsächlich. So, was haben wir denn jetzt hier noch alles drin? Das ist alles Kleinzeug. Seht irgendwelche Materialien. Dann sind das teilweise irgendwelche Pads, die ich noch verkaufe. Oder halt hier auch irgendeine Transmog-Teile. Ich habe mir auch ein paar Sachen hergestellt, wo ich noch übrige Mats hatte mit den Berufen und die halt auch hier mit dem Twink verkauft. Oder irgendwelche Rezepte. Seht ihr, hier haben wir irgendein Rezept bekommen von einem Transmog-Run, den ich gemacht habe. Das verkaufe ich dann. Irgendeine Schultern, die ich bekommen habe. Also, ich fahre mir ja so relativ viele Transmog-Sachen. Und auch dieses ganze Zeug versuche ich dann, wenn ich es nicht brauche, noch zu Gold zu machen. Schau mal, hier haben wir nochmal irgendwelche Schulterpolster für 14.000 verkauft. Hier nochmal irgendein Kettenpanzer für 56.000, 9.000 für irgendeinen Turban. Also dieses ganze Zeug, es verkauft sich langsam Transmog. Aber wenn du genug Items hast, dann kann man da tatsächlich auch ein bisschen Gold mitmachen. So, was haben wir jetzt hier rausgezogen? Relativ viel, 565.000 Gold. Ich bin wieder saniert auf Antonidas. Und im Moment sind gerade die, ich darf es gar nicht sagen, im Moment sind gerade die Schultern drin für das T3-Set. Und ich fahre über eine halbe Million Gold. Und ich hatte nicht mehr genug Gold, um draufzubieten. Jetzt hätte ich theoretisch wieder genug Gold draufzubieten. Und ich weiß nicht, ob ich es machen soll, weil dann bin ich wieder pleite, wenn die wieder auf eine Million oder so hochgehen. Ich überlege mir das noch. Ich habe ja noch bis 19 Uhr Zeit. Und dann können wir mal gucken. So, jetzt switchen wir mal weiter auf meinen nächsten Char. Und zwar hier auf meinen Monk. Ich habe übrigens jetzt auch begonnen, so ein bisschen die Items weiter zu schieben. Und zwar habe ich nicht mehr jetzt die letzten Wochen auf jedem Char wirklich eingeloggt, wo ich Sachen verkauft habe. Sondern da ich auf manchen Chars nur noch 10 Items im Auktionshaus hatte, habe ich die dann auch alle auf einen Char geschickt. Es macht halt Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel mit 3 oder 4 verschiedenen Chars Berufssachen einstellt und die immer wieder canceln und neu reinbastelt. Dann macht es Sinn, die auf den einzelnen Chars zu haben. Denn so ab 50, 60, 70 Items, wenn du einen Cancel-Scan machst und du mehr drin hast, dann hängt es extrem. Wenn du aber auf einen neuen Char umblockst, dann kannst du mit dem wieder schnell canceln und einstellen. Deswegen macht es Sinn, nicht alle Items auf einem Chart tatsächlich zu haben. Sonst spackt das irgendwann rum. Blössig hat dir dieses Auktionshaus-System umgestellt, dass du nicht mehr so viele Interaktionen gleichzeitig raushauen kannst oder in einer kurzen Zeit. Da macht es Sinn. Aber wenn man dann am Ende von dem Addon nur noch das Zeug abverkaufen will und man eh nur noch ganz wenige Sachen im Auktionshaus hat, macht es tatsächlich Sinn, das zu beschränken. Auf wenige Chars, da muss man nicht so viel rumloggen. Ihr seht hier, 30 Tage ist, glaube ich, drin. Ich habe jetzt schon 9 Tage nicht mehr auf dem hier irgendwas verkauft, weil ich das alles auf einen Char geschickt habe. Hier haben wir dann auch nochmal 88.000. Das sind jetzt halt die restlichen Schneidersachen. Ich habe auch, seht ihr, ein paar Beutel noch verkauft. Also ich hatte noch einige Taschen, die halt für extrem kleine Beträge, aber ich habe vor allem versucht, die Stoffe noch loszuwerden. Ich hatte einen Haufen Stoffe und man hatte jetzt aus den Handgelenken auch die höheren Stoffe rausgerichtet, den grünen und den blauen Stoff, genau in die beiden, gab es da ja noch raus und dann dachte ich mir, gut, die Stoffe, die will irgendwie keiner, die Preise sind immer weiter runter und dann habe ich noch ein paar Taschen hergestellt. Die gingen jetzt relativ gut weg und ich kann es euch mal zeigen. Hier dürften wir jetzt nichts mehr im Auktionshaus haben, genau. Und ich glaube, ich habe die Bank auch aufgeräumt. Gut, hier sind noch so ein paar Pets, aber die sind leider nichts wert, 9 Gold. Vielleicht wären die mal noch was wert. Also da habe ich auch versucht, ein bisschen was aufzuräumen. Dann loggen wir mal auf meinen Hunter weiter. Uh, das sieht gut aus. Jetzt kommen wir wieder auf die Millionen, auf Antonidas, auf meinen Hunter. Und ach so, was ich machen wollte, zwei Dinge. Ich hatte ja gesehen, dass hier diese Hochberglachse, die sind irgendwie erstaunlich gut weggekommen und vielleicht kaufe ich mir noch welche. Vielleicht kann mir einer schreiben, warum Leute Hochberglachse kaufen. Ich verstehe es halt nicht. Na gut, jetzt sind die nicht mehr so viel wert. 60 Gold kriege ich jetzt hier durch einmal kaufen. Ein Gold. Die anderen, oh, hier die Mats, das wäre jetzt auch 60. Die Flanken. Ah, das kann ich mir vorstellen fürs Bären-Tatar, dass die Bären-Stack-Flanken fürs Bären-Tatar benutzt werden. Aber warum das andere Zeug? Also das andere Zeug ist alles nichts wert. Ich hatte gesehen, ich habe noch Blut von Sager aus rumliegen. Traumplatz ist irgendwie was wert anscheinend. I don't know. Hier, Lechstein-Erz ist auch was wert. Das ist nichts wert. Also so gucke ich halt immer durch. Man kann, wenn man die Großschreibtaste, nenne ich sie jetzt einfach mal, ich denke mal, da können die meisten Leute was anfangen mit, also Shift ist das, glaube ich, ja, drückt, dann sieht man, wenn man den Stack, der angezeigt wird, holt, was man für einen Preis hat. Also ich habe hier noch TSM mit drauf. Das ist ganz praktisch. Die ganzen Sachen sind nichts wert. Weil manchmal kriegt man ja ein Teil oder 20 Teile und dann ist es halt schon relevant, den Preis da zu gucken. Oh, schau mal, die Schuppen wären auch ein bisschen was wert. Aber ich glaube, wir splitten jetzt wieder ein bisschen. Also, na gut, der regionale Marktwert von den Hochberglachsen ist halt einfach bei 400 Gold. Keine Ahnung, warum der so hoch ist. Also vom regionalen Wert sind die Hochberglachse bei weitem am höchsten. Vielleicht kaufe ich mir da noch ein bisschen was und versuche, das mal meine Bank ein bisschen leer zu bekommen. So, dann haben wir jetzt hier meinen Hunter noch. Mit dem habe ich auch nur noch wenige Sachen drin. Ihr seht, ich habe noch den Rest so versucht abzuverkaufen, aber da ist fast nichts mehr. Ich habe nichts mehr Neues hergestellt seit knapp einem Monat. Wir haben jetzt die ganzen Splitter noch verkauft. Ich denke mal nicht, dass man die im Add-on noch großartig brauchen wird. Und eigentlich müsste ich die Erze auch noch loswerden. Ein bisschen was habe ich noch auf der Bank. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das alles, eigentlich wollte ich das auch noch loswerden, das Zeug. Es kann zwar sein, dass man dann im Add-on noch das ein oder andere Mal vielleicht brauchen kann von dem BFA-Zeug für alte Transmog-Sachen. Aber ich denke mal, der Großteil ist es am besten, wenn man den einfach versucht loszuwerden. Und theoretisch könnte ich auch das ganze Blut von Sagras noch versuchen zu Gold zu machen. So, das versuchen wir jetzt einfach auch mal noch ins Auktionshaus zu hauen. Können wir mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja noch verkauft. Vielleicht ist jetzt noch jemand dabei, der sagt, der stellt sich jetzt noch irgendwas her und ich kriege es los. Also das können wir jetzt auch noch hier reinpacken. Erze, das muss auch noch weg. Das muss auch noch weg. Und was haben wir jetzt hier gemacht? 32k, naja. Selbst das Zeug, was man beim Händler kriegt, kann man teilweise im Auktionshaus verkaufen. Gut, dann loggen wir weiter. Und schauen mal. Achso, ich habe hier noch den Hexer, aber ich glaube, da habe ich seit einem knappen Monat keine Items mehr, weil ich die rüber geschickt habe. Also da müsste auch nichts mehr sein. Wir kaufen jetzt jetzt mal hier ein paar von den Hochbergslachsen und ich kaufe mal ein paar mehr. Ich habe ja, weil die haben sich tatsächlich ganz gut verkauft und dann haue ich mal ein bisschen Traumblatt vielleicht noch rein. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen Gold machen. Was kaufen wir uns hier? Dann kaufe wir uns noch ein Stack. Noch ein Stack Traumblatt. Steinerz. 200. Dann kriege ich meine Bank so ein bisschen leer. Ich habe nämlich jetzt halt auch von den Transmog Runs, die ich in Legion absolviert habe, einige Blut von Sageres bekommen und ich kann nicht so wirklich was anfangen. Man kann zwar auch Items craften und ich habe auch viele Rezepte, aber ja, das ist halt immer so eine Sache. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ein bisschen die Mounts bastel, die man sich herstellen kann. Schau mal, das wären jetzt 4.000 Gold, nochmal 3.000 und nochmal 9.000. Ja, wenn sie es abverkauft, why not, ne? Wenn man das Zeug eh rumflacken hat. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Blut von Sageres ich noch über habe. Ich versuche immer mal wieder was zu kaufen. Ich habe jetzt noch auf der Bank 54. Ihr seht, mit den Twings habe ich auch noch was. Das wäre vielleicht auch noch eine Geschichte vom Add-on. Wenn ihr eh Zeit habt, wisst ihr nicht, was ihr macht, einfach nochmal eure Twings ein bisschen abklappern, schaut, wo ihr Blut von Sageres habt, ein paar Sachen kaufen, die da weghauen. Okay, auf den Charme einfach gar nichts. Einfach nichts. Okay, da habe ich alles weggehauen. Also da kann man vielleicht noch ein bisschen Gold mitnehmen. Anscheinend gibt es Leute, die immer mal wieder diese Matz brauchen, für was auch immer. Ich meine, die Hochberglachse hast du im Hochberg für irgendeine Quest, meine ich mal, gebraucht. Jetzt machen wir mal auf Blackmore weiter. Meine ich, dass es da irgendwo eine Quest gab und da musste man, ich glaube, 60 Hochberglachse abgeben. Vielleicht kaufen die Leute die deswegen an, weil für was anderes kann ich es mir fast nicht vorstellen. Oder eventuell, es gibt noch die Möglichkeit, wenn man sich die Rezepte holen will, was ich letztens ja auch mal gemacht habe, hier bei Nomi kannst du immer so Sachen abgeben. Dann musst du immer so Essen abgeben und dann hast du immer neue Rezepte gelernt. Und die sind teilweise ein bisschen tricky, weil du richtig viel Matz brauchst. Und letztens habe ich das auch mal hochgemacht, weil ich ja auch ein bisschen an Rezepte am Sammeln bin und habe da halt x Sachen abgegeben und dachte mir, okay, ich brauche die Matz, ich brauche jene Matz und habe die halt dann immer im Auktionshaus gekauft. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Leute die Sachen kaufen. Vermute ich jetzt mal. Ach so, und ich kann euch noch eine andere Geschichte zeigen, während wir jetzt hier auf den Login warten. Ich habe auf der Bank diese Pets, ne? Das sind die Pets vom Event. Die kosten jeweils 20 von den Abzeichen. Die könnt ihr noch bis eine halbe Stunde vor dem Add-on Release könnt ihr die farmen. Und soweit Blizzard das kommuniziert hat, kann man alle Sachen vom Pre-Event danach nicht mehr holen. Also heißt es auch diese Pets nicht mehr. Könnte halt heißen, dass man damit dann einen Haufen Gold machen kann. Das müssen wir noch ein bisschen abwarten. So, und hier habe ich jetzt noch die letzten Items, bin ich am Abverkaufen von Blackmore. Ich habe alle Sachen von Blackmore hier zusammengeschickt. Und ihr seht, teilweise haben wir da noch ganz okay Preise erzielt von den Einzelnen. Teilweise hier 4K für ein Item. Ich habe da noch versucht, alles wegzukriegen, was so geht. Und ich habe dann auch die Schneidersachen, die Ledersachen, die Schmiedesachen, alles, was ich halt noch rumliegen habe, habe ich jetzt auf einen Char geschickt, dass ich das da halt mal noch so wegkriege. Dann muss ich nicht auf 5 Chars einloggen, sondern es reicht dann halt auf den einen und kann dann halt das ganze Zeug verkaufen. Hier kommt gerade auch noch mal ein bisschen was rein. Das können wir dann auch noch mal kurz ins Auktionshaus stellen. Was haben wir da jetzt rausgezogen? Bisschen über 100K. 120, 130.000. Ja, ist nicht schlecht. Auf Blackmore bin ich leider ein bisschen ärmer geworden. Wie gesagt, ich habe, mich hat so ein bisschen die Kaufsucht vom Transmog getrieben. Ich habe mir viele Items auch aus dem Blackmarket geholt oder viele, die nicht mehr im Spiel sind. Und da zahlst du dann gleich mal mehrere, mehrere hunderttausend bis Millionen für ein Item. Okay, hier habe ich schon noch ein bisschen was drin, aber ihr seht, das sind halt irgendwelche Green-Transmog-Sachen, irgendwelche, ein paar von Verzauber, ein paar vom Schmied, zwar von Lederer, ein paar von Schneider, ein bisschen Inji-Geschichten noch. Also da ist halt alles jetzt drin. Und dementsprechend, ja, ist das halt noch ein bisschen mehr als vielleicht auf Antonidas jetzt overall, aber ich muss halt nur noch auf dem einen Schar hier einlagen, weil ich habe da ja ein Makro mir gebastelt, kann man das ein bisschen schneller einstellen. Und auch hier versuche ich halt noch möglichst die Matts wegzukriegen. Ich habe mir jetzt auf den Schar auch die ganzen Pigmente noch rübergeschickt und, ja, die VZ ist der Schar ja eh, aber auch das letzte Leder, was ich habe und hier ein bisschen Erze, irgendwelche Rezepte und alles Mögliche, was ich halt noch rumliegen habe, Hauptsache weg mit dem Mist. Übrigens, man kann auch, Ursaganit, was ich hier gerade sehe, zu Gold machen auf der Windika, kannst du das auch umtauschen gegen die Erze, die man auf, die man auf Argus bekommt. Also das wäre eventuell auch eine Option. So, wir müssen jetzt die anderen zwei Schars auch noch durchlocken, weil am Anfang habe ich natürlich mit denen auch noch ein bisschen was verkauft, also am Anfang von dem Verkaufszyklus quasi, ein bisschen was müsste da noch rumliegen. Und ihr seht, ich habe jetzt hier größtenteils die Bank eigentlich so weit aufgeräumt, viel Stuff habe ich jetzt nicht mehr rübergelegt, das sind jetzt alles seengebundene Sachen, die ich hier noch habe und die Materialien könnte ich noch zu Gold machen, die Bahnen brauche ich gerade noch selber, weil ich, was ist das eigentlich für ein Mist weg damit, die Bahnen brauche ich noch selber, weil ich dementsprechend da diese Donnerstahlbahnen baue und mit den Donnerstahlbahnen will ich mir noch ein bisschen was herstellen, was ich noch selber für Transmog brauche, das habe ich aber in einer anderen Videoserie schon erklärt und ja, ein bisschen müsste ich glaube ich hier noch aufräumen, die ganzen alten Geschichten hier weghauen, da habe ich noch alles mögliche an Mist liegen, ich bin noch so ein bisschen überlegen, ob ich es vielleicht eventuell für ein Transmog, sondern für ein Timewalker Gear brauche, deswegen lasse ich jetzt erstmal ein paar Sachen, die Effekte haben, hier noch liegen, also wer das jetzt nicht weiß, was ich meine, es gibt ja Timewalker und im Timewalker bist du ja runter gescaled, aber es gibt mehrere Items, die Effekte drauf haben und ich dachte halt ursprünglich, dass ich eventuell auch die Corrupted Sachen noch benutzen kann, aber das ist ja jetzt mittlerweile raus, also Corruption ist ja alles runter geklänzt, oh, hier haben wir sogar noch relativ viele Verkäufe, dafür, dass das alles alte sind, ihr seht, das eine ist jetzt 21 Tage und hier habe ich auch ein paar Beutel hergestellt, ich habe versucht, die Stoffe auch hier loszuwerden und die Beutel, die gehen halt einfach irrsinnig gut, gut, wenn du eine 30-Platz-Tasche für 140 Gold kriegst, 142 Gold, da hast du nichts falsch gemacht, ich habe meine Stoffe losbekommen und gut war, das war eine Win-Win-Situation für alle, das Witzige ist, teilweise kaufen Leute die Hexenzwirrntaschen für 5, 6, 700 Gold, obwohl es halt die neuen Taschen, diese Tiefenseebeutel für 140 Gold gibt, keine Ahnung, weil wenn, dann wissen die nicht, dass es diese Taschen gibt oder sie suchen einfach nur noch den Hexenzwirrntaschen und kaufen die dann halt für einen höheren Betrag, also ganz, ganz komisch, tatsächlich lohnt sich es anscheinend immer noch die Hexenzwirrntaschen herzustellen, weil es halt komische Leute gibt, die dann die gleiche Anzahl an Slots eine teure Tasche kaufen, so das schicken wir jetzt nochmal auf den Main rüber, dass ich, anscheinend habe ich noch zwei Hosen hier vergessen, aber der ist auch komplett clear, der Char, und die Bank sieht auch gut aus, seht ihr, also da habe ich schon ein bisschen aufgeräumt, ich habe mir eigentlich vorgenommen, mal alle Chars aufzuräumen, mal die ganzen Quests abzubrechen, mal komplett das Inventar und die Bank aufzuräumen, vielleicht auch die Chars zu skillen, aber dann habe ich es irgendwie doch nicht gemacht und habe es nur bei ein paar Chars habe ich dann halt ausgeräumt, die ich so noch rumliegen hatte, so, die Sachen kann ich auch noch wegschicken und dann muss ich mir mal noch überlegen, was ich mit dem restlichen Stuff hier auf der Bank mache und vor allem, ich könnte mir eigentlich hier mal größere Taschen reinbastellen, ich habe nämlich hier lauter 26, 28 Platztaschen und jetzt sind ja gerade diese Tiefenseebeutel extrem günstig, eigentlich könnte ich mir die auch selber herstellen, aber ich gucke mal gerade, ob da günstige im Auktionshaus sind, da sind noch Tiefen, ich glaube, ich habe mich vertippt, ah ja, 200 Gold kosten, die Bestickten kosten halt ein bisschen mehr, für die Bestickten brauchst du, meine ich, auch die Matts aus dem Mythic Dungeons, da musst du immer diese Kerne, glaube ich, auch haben, deswegen sind die einen Ticken teurer, so, dann habe ich jetzt hier mein vormals Leder und Schmiede, schauen, der hat auch noch relativ viel Zeug drin, du merkst, dass hier am Anfang noch die Sachen für mehr gingen und dann nimmt es langsam ab, hier sind auch nochmal 232.000 Gold mit im Postkasten und dann nochmal 30 extra Mails, also da werden wir jetzt auch nochmal ein bisschen was rausziehen, ach ja, dann sieht es gar nicht so schlecht aus, also ich habe ja nochmal einen Monat jetzt vorm Add-on-Release habe ich ja nochmal Expulsionen geschuffelt, glaube ich, mit jedem Chart 200, 300 Expulsionen habe ich mir geschuffelt und nochmal alles hergestellt, alles 5, 6, 7, 8 Mal hergestellt und es Auktionsausfolge auch. Ihr habt ja gesehen, da ist jetzt schon auch einiges übrig geblieben, aber ich meine, overall war das eine ziemlich gute Plusgeschichte, wenn ihr seht, was ich jetzt hier noch an Verkäufen drin habe, hat es sich gelohnt, jetzt habe ich halt noch auf jedem Server vielleicht 50, 60 Items von allen Berufen, die ich versuche noch loszuwerden, die werden jetzt sicher nicht mehr im Gewinnbereich laufen oder es wird halt sehr, sehr, sehr lang dauern, bis sie halt rausgehen, aber ich denke mal, es gibt immer noch Leute, die quasi, jetzt wo uns Add-on startet, einloggen, denken, okay, ich habe hier Kack-Sachen und sich vielleicht für 1, 2.000 Gold eine Schulter kaufen, irgendeine Waffe, irgendein Teil, sich dann nochmal ein bisschen vom Leveln ein bisschen stärker sein, wollen sie sich vielleicht das Zeug kaufen oder es dann später im Add-on sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht BFA, da die Transmog-Sachen nicht geholt, ich will das haben und kaufen sich dann halt nochmal sowas, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Schau mal, hier haben wir gerade einen Boken für 21.000 Gold verkauft, was ich mit den Leuten verkehrt, also manche Leute sind echt komisch, manche die puttern richtig rein und ich kann jetzt auch wieder richtig rein puttern, oh, da ziehen wir richtig Gold raus, da ziehen wir richtig, richtig Gold raus. Es war eine, es war eine richtig erfolgreiche Geschichte hier, wenn ich das gerade so sehe. da haben wir ordentlich was rausgezogen. Ich habe jetzt auch schon eine Weile meinen Briefkasten nicht mehr aufgemacht, merkt ihr, da sind teilweise acht Tage, also das läuft jetzt dann bald auch ab. So, okay, das ist das letzte Ding, haben wir raus, dann haben wir hier 365.000 rausgezogen, oh ja, da kann ich wieder in Black Market einen Haufen Gold wasten. Gut, so viel dazu, dann gehen wir auf den nächsten Server und zwar auf Lothar, ich habe jetzt übrigens auf diesen DK, habt ihr gesehen, habe ich da unten auch noch, ah ne, nicht auf Lothar, da brauchen wir nichts, was ist dann auf Equin? Auf dem DK habe ich jetzt auch immer überall Gold verteilt beziehungsweise auf vielen Charts habe ich Gold verteilt, hat einfach den Hintergrund, weil ich halt mit den verschiedenen Rüstungsklassen mir da noch, ja, mir da noch das ein oder andere holen will. So, ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob ich mir größere Taschen für meine Bank besorgen soll, ob das tatsächlich Sinn macht. Das wäre jetzt vielleicht sogar eine Idee oder ich warte, bis das Addon rauskommt, im Moment geht es ja noch. Ich habe auch schön meine Bank, äh, mein Inventar aussortiert und dementsprechend fürs Addon dann relativ viel Platz. Ich muss halt bloß schauen, am Anfang, wenn man halt immer nicht weiß, was ist was wert beziehungsweise was sind es für Items, brauche ich die später noch, habe ich immer ganz gern ein bisschen Slots auf der Bank, wo ich das Zeug unterbringen kann, wo ich dann halt einfach das Zeug drauflege und am Ende kann ich es halt so ein bisschen umräumen und kann schauen, okay, das brauche ich, das brauche ich nicht mehr. Was ich jetzt hier zum Beispiel habe, diese Pads müsste ich eigentlich nicht auf dem Main lagern. Die möchte ich nämlich am besten bis zum, ja, so ein halbes Jahr bis Jahr oder sogar länger, je nachdem wie lange es dauert, bis sie mehr wert werden, hier einmal lagern und möchte sie dann abverkaufen. Das sind ja, wie ihr seht, einige. Ich habe hier 46 Stück, ein paar sind auch nicht umgewandelt, also ich müsste, overall müsste ich um die 50 Pads haben und da bin ich so ein bisschen am überlegen, was wir da noch machen. So, dann sind wir jetzt hier auf Equin, da habe ich jetzt auch noch ein paar Sachen abverkauft, ihr seht auch ein paar Tiefenseebeutel, Omas haben wir hier und, ja, auch ein Haufen, da waren gerade auch 4000 Stoffe habe ich noch verkauft, also von diesen grünen. Warte mal, waren da gerade, habe ich da gerade Nylonfaden verkauft? Moment. Habe ich mich da gerade verguckt oder habe ich gerade für einen erheblichen... Moment. Alter, ich habe halt Nylonfaden. Ich habe halt 1500 Gold mit Nylonfaden, mache 10.000 mit Tiefensitaren. Also, okay, da gingen schon auch einige Matts raus und den Nylonfaden, den kannst du ja beim Händler kaufen, ne? Ich hatte nämlich nur einige von den Fäden über, vom Shufflen und die wollte ich dann einfach nur loswerden. Ja, aber overall haben wir hier auch nochmal 140.000. Nicht schlecht. Wir können mal gucken, was ich bei dem Char dann noch im Auktionshaus habe, was da jetzt noch in Restbeständen sind. Ich habe auch wieder alles vom Server zusammengeschickt auf dem, ne? Also, das hier jetzt noch drin ist tatsächlich schon noch ein bisschen was. Das werden jetzt wahrscheinlich auch nochmal 50, 60 Items sein, schätze ich mal. Aber wie gesagt, das sind halt von allen Berufen alles zusammengeschickt und auch ein bisschen Crab-Zeug, ne? Hier seht auch die Pigmente, da habe ich zum Beispiel bei dem noch rumliegen. Können wir jetzt auch nochmal reinstellen. Keine Ahnung, die wir kauft. Wahrscheinlich wäre es sogar besser, wenn ich sie umwandeln würde, aber das dauert dann wieder so lang. einfach alles rein, auch hier, dass diese Materialien hauptsache weg mit dem Mist. Hauptsache weg, dass ich dann schön clean in Shadowlands neu rein starten kann. So, dann switchen wir doch noch auf die anderen Chars. Ich habe ja nicht sofort das alles rüber geschickt, sondern so nach und nach. Hier schön mit dem roten Wappenrock, ne? Vom Black Market. Der nicht so günstig war. Also, was ich hier halt machen müsste, ist am besten dieses ganze Zeug mal auf Twinks auslagern, was ich halt auslagern kann. Das würde ich vielleicht dem einen oder anderen von euch auch empfehlen, wenn ihr so mit Main irgendwelche Sachen erhaltet in Shadowlands, dass ihr da ein bisschen Platz auf der Bank habt. Ich glaube, die sind, ne, die sind nicht erkauen, weil die Settel, ne? Also, ich habe hier definitiv zu viel Mist auf der Bank rumliegen und vor allem dieses ganze Zeug, ich glaube, das werde ich alles nicht mehr brauchen. Also, das kann ich wahrscheinlich alles weghauen. Die ganzen Gear-Sachen, die Trinkets, die werde ich wahrscheinlich mal behalten, um einfach zu gucken, Time-Walker-mäßig, ob man da was machen kann. Aber ich glaube, den ganzen Rest, den kann ich größtenteils weghauen. Ja, mal schauen, was wir damit dann noch machen können. Aber hier auch die Materialien-Tab, da werde ich dann einiges zwischenlagern und mal gucken. Denn ich bin auch vor allem noch am überlegen, ob ich am Anfang von Shadowlands mit den Berufen erstmal versuche, ein bisschen Gold zu machen. Ich muss dann noch so ein bisschen abwägen, was mir wichtiger ist, ob ich dann sofort loslege, mir die Tiefen ins Maul, Pets, Toysfarben, oder ob ich dann erst ein bisschen Gold machen will. So, dann sind wir jetzt hier auf meinem Schmied und Lederer auf Equin. Und auch der hat noch ein paar Restsachen drin. Hier nochmal 262.000 plus nochmal zwei extra Items. Die nehmen wir jetzt auch noch raus. Also die 8,5 Millionen, die ich rausgehauen habe an Transmog seit dem letzten Mal, die werden wir sicher nicht plus machen können. Also das können wir nicht aufheben. Aber wenn ich jetzt so gucke, so ein bis zwei Millionen haben wir sicher jetzt aus dem Postkasten rausgezogen. Heißt, das ist so ein kleiner Trost zumindest. Ich kann auf jeden Fall rappen in Shadowlands und ich werde bei dem ein oder anderen Item auch mitbieten können im Black Market, was mich natürlich freut. Und ja, vielleicht kriege ich ja dann mein T3-Set noch voll. Vielleicht habe ich dann auch ein bisschen weniger Konkurrenz. Jetzt wenn Shadowlands startet, ist bestimmt der ein oder andere ein bisschen fokussierter auch aufs Add-on und schaut vielleicht nicht so auf den Black Market. Vielleicht kriege ich dann die T3-Teile auch ein bisschen günstiger. Das ist zumindest so ein wenig meine Hoffnung, dass mein Geldbeutel ein wenig geschont wird. Ich habe mir jetzt auch schon ein bisschen so das Crafting-System in Shadowlands angeguckt. So wie es aussieht, kannst du nur relativ lowe Sachen machen, aber was ganz interessant ist, anscheinend brauchst du für die Legendaries auch Materialien, die du über die Craft-Berufe herstellen kannst, aber nur dann, wenn die Chars den Craft-Beruf auf Max haben. Und dann gibt es auch verschiedene Sachen, wie man die Craft-Berufe auf Max hochkriegen kann. Zum Beispiel soll es auch wieder so Worldquests geben, die dir Skill-Punkte geben, das zum einen. und es gibt anscheinend auch so Drop-Items, die du wöchentlich einsetzen kannst. Die kannst du anscheinend auch mal H kaufen, die droppen einfach random und da kannst du deinen Skill um 5 erhöhen, hatte ich gesehen. Und das hört sich ganz interessant an. Würde bedeuten, dass man, ohne dass man wirklich den Beruf krass hochskillen muss, kann man den Beruf so passiv über zwei weitere Wege hochskillen und dann eventuell, weil es anscheinend auch dieses Rangsystem nicht gibt. Also es gibt anscheinend keine Rangsysteme. Du hast Rang 1, 2 und 3, dass die Sachen günstiger werden von den Materialien, was für Twinks immer ein bisschen kacke ist, weil die höheren Ränge, die waren halt meistens auf Ruf gelockt. Und mit irgendeinem Twink, wo man nur was herstellen will, möchte man ja ungern irgendeine komplette Ruffraktion auf Airfurtig fahren. Und dementsprechend könnte das schon ganz gut aussehen, dass man vielleicht da ganz gut Gold machen kann. Aber das muss ich mir dann mal noch anschauen. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Hab mich jetzt da nur so mal am Rande mit beschäftigt. So, und dann haben wir jetzt hier noch ein Schar, wo wir auch noch ein bisschen was abverkauft haben. 39.000 mit Inji und Inschriftenkunde haben wir hier auch noch verdient. Das nehmen wir noch mit. Das ist jetzt nicht der große Wurf. Und ich sehe gerade auf Equin habe ich am meisten Gold im Moment noch. Also da haben wir tatsächlich noch 2 Millionen. Schauen wir mal, haben wir hier noch was im Auktionshaus? Nein. Auf der Bank sieht es auch gut aus. Was habe ich denn hier für einen Kack noch? Der muss ja da schon Jahre liegen. Okay, das ist alles absolut nichts wert. Ah, das habe ich glaube ich mal, ich habe mal im Sumpfland dieses Pet gefarmt. Dieses, ähm, da gibt es so einen Welpling, den man bei so Mops farmen kann. Und ich dachte mir, die ganzen Greens hebe ich mal auf und ich mache richtig Gold über Transmorg. Aber das ist, wie ich gerade sehe, alles Schund. Okay, aber er hätte auch noch einen Haufen Blut von Sageras. Also, ich sage es euch, Blut von Sageras nicht zu unterschätzen. Da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu machen. Jetzt gucke ich mal hier ganz schnell. Ja, ah, ja, okay. Ja, nee, das wollen wir uns, das wollen wir uns, glaube ich, nicht kaufen. Gut, dann switchen wir mal noch auf Erre darüber, hätte ich gesagt. Ähm, wo haben wir es? Erre da. Ja, und ich glaube, ähm, dass ich jetzt aber dennoch, ich glaube, die, die Taschen sind so günstig wie nie. Ich glaube, ich werde mir doch mit dem Main die Taschen kaufen, wenn wir jetzt hier eh warten, dass ich umlogge. Hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, ich kaufe mir da die 6 Taschen. Also nicht die 32 Platz Taschen, weil die brauche ich tatsächlich nicht, aber die 30 Platz, wenn die jetzt nur 200 Gold kosten, ähm, dann hole ich mir die. Gut, ich hätte mir die auch selber herstellen können, aber, ähm, ja, keine Ahnung. Dann vergesse ich es wieder. Ich kaufe mir die jetzt einfach hier easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die paar Slots, die ich dann mehr habe, da werde ich, denke ich mal, im Add-on dankbar drum sein, dass ich da ein bisschen mehr lagern kann. Dann muss ich jetzt demnächst noch die Pads auf irgendeinen anderen Twink rüberschicken. Also die, die ich jetzt hier vor dem Pre-Event mir geholt habe. Wie gesagt, die muss ich ja jetzt wahrscheinlich eh ein halbes Jahr Minimum lagern, ähm, dass ich dann halbwegs Gewinne draus erziele, ne? So, dann machen wir jetzt hier ein bisschen die, äh, Bank größer. Ich denke mal, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja gut, das sind teilweise 26, 28 Platz Taschen. Dann kriege ich zwei beziehungsweise vier Slots mehr. Das ist jetzt nicht gewaltig, ne? Aber eventuell ein bisschen was bringt. Ein paar Slots haben wir jetzt wieder mehr. Gut, dann sind wir auf Ereda eingeloggt. Und hier haben wir 60.000, das berauscht mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Auch teilweise im Plan haben wir verkauft. Okay, Wüste des Leder. Auch noch ein paar Kettensachen. Hm, ich muss mal gucken, was ich hier überhaupt noch im Aktionshaus habe. Ist es noch so viel? Schon noch, ne? Auf den habe ich auch wieder alles zusammengeschickt. Aber jetzt, sonderlich viel ist es nicht. Hier haben wir noch mal einen Teil verkauft. Okay, hm, nicht ganz so geil tatsächlich. Gucken wir mal auf den anderen beiden noch. Hm, ich habe hier noch meinen Schmied und Lederchar. Und dann noch, ich glaube, der letzte hat Inji und Inschriftenkunde. Die beiden haben wir noch. Und dann sind wir tatsächlich durch. Dann haben wir alles durchgelockt. Jetzt kann ich nebenbei schon mal, äh, warte mal, das kann ich ja verkaufen, oder? Dann tun wir das Gold auf Main aufschreiben. Wir haben jetzt halt noch mal 1.200 war es dann, glaube ich, gewesen, wie die Taschen. Aber das sind Kosten, die ich dann gerne noch trage. Die können wir alle weghauen, die Geschichten. Und dann tragen wir das schon mal ein. Und zwar, halt, stopp, rüber mit dir. Wir haben auf dem Main-Account jetzt 719.000. Und den zweiten Account, den muss ich dann gleich noch eintragen. jetzt ziehe ich mal hier die Dinge noch runter. Das muss ich, und das müssen wir auch noch runterziehen. Ich bin gerade noch mal eine Tabelle am Bearbeiten. So, also da habe ich meine Tabelle noch ein bisschen bearbeitet. 719.000. Und, ähm, da müssen wir den zweiten Betrag noch eintragen, um dann zu sehen, wie viel wir Overall Plus gemacht haben. So, okay. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, dass da auch noch mal jetzt ordentlich was drin ist, weil ich kann ein bisschen Gold hier noch brauchen auf Ereda. Ah, naja. 239.000. Nicht so viel wie auf Blackmore oder auf Equin, aber immerhin noch eine ganz schöne Summe. Auch hier zwischendrin, ne? Immer mal wieder für 11.000. Da merkst du, manche Leute, die wollen halt wirklich ihre perfekten Stats haben, selbst auf einem Low-Level-Item, um dann, weiß ich nicht, besser zu performen. Also, Stats machen auf den meisten Shars schon Sinn, dass man jetzt, wenn man Tempo, äh, Mastery braucht, dann nicht ein Teil nimmt, was Crit und, äh, ne? Irgendwas anderes noch drauf hat. Das macht schon Sinn, aber ganz ehrlich, auf diesen Low-Teilen, wo ich eigentlich nur für eine neue, neue gelevelte Char habe, die tausche ich ja im Normalfall eh aus. Also, ich weiß jetzt nicht, warum Leute da unbedingt die, die bis dead drauf haben müssen, aber ich glaube, auch im niedrigen Bereich wollen die Leute halt performen und zahlen dann lieber das Fünffache, manchmal, also 11.000, ne? Und du kriegst so Teile teilweise für unter 2K und, ja, man profitiert dadurch tatsächlich. So, dann haben wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen über 200K mitgenommen und jetzt haben wir noch den letzten Server und dann sind wir tatsächlich durch, äh, beziehungsweise nicht den letzten Server, den letzten Char haben wir noch und dann müssen wir mal gucken. Also, ich so vom Gefühl auf den zweiten Account, was habe ich jetzt rausgezogen auf allen, ich würde mal sagen, zwischen, also es ist, glaube ich, über, also über eine Million ist es auf jeden Fall, ne? Wir haben da mal 300.000, hier 200.000, also es müsste auf jeden Fall über eine Million sein. Ich schätze, zwischen 1.500 und 2.500 sind wir irgendwo, irgendwo in dem Bereich müssten wir sein, was ganz gut ist, ne? Also, da kann man jetzt, kann man jetzt nicht motzen. Muss ich mal gucken, was wir dann gleich overall rausziehen und, ähm, ja, wenn ich dann wieder das eine oder andere investiere, ist es ja nicht gerade schlecht, wenn wir dann ein bisschen den Polster haben, denn, ich schätze mal, selbst wenn wir in Shadowlands wieder mit den Berufen einsteigen wollen, müssen wir halt erstmal einiges an Gold ausgeben, um diese Berufe auf die jeweilige Stufe hochzukriegen. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal rein, hier sind nochmal 91.000 drin, das ist jetzt nicht toll, aber einigermaßen, ich habe auch schon wieder für 14.000 eine Waffe gekauft, ich verstehe es nicht, warum die Leute so viel dafür ausgeben. So, dann gucken wir noch kurz ins Auktionshaus, was ich da noch drin habe, nichts mehr, auf der Bank dürft ihr auch nichts mehr haben, doch, auf der Bank haben wir noch ein paar Tinten, okay, die muss ich dann demnächst mal noch rüberschicken zum Main, mal vielleicht noch abverkaufen, aber das soll uns jetzt nicht interessieren, wir wollen wissen, wie viel Gold wir jetzt gemacht haben, ähm, 5.000.000, 500.000, ähm, dann sieht das doch gut aus, das ist ziemlich gut an der oberen Grenze von dem, was ich geschätzt habe, ähm, genau, also wir haben jetzt hier, ne, das sind die Werte, die ich ja vor dem, ähm, wir alles aufgemacht haben, rausgeschrieben, also von 369 auf 700k hoch und hier von 3.300.000 auf 5.500.000, ziemlich glatt, war das so echt so glatt, ja, ah ne, ich hab, hier, ich hab eins vergessen, so, zwei, ja, jetzt passt's, wir haben hier auch alles eingeschalten, oder, ja, ist alles drin, alle Klassen, passt, okay, also, und dementsprechend haben wir overall 2,5 Millionen, äh, gemacht, ist eine nette Summe, na gut, wir haben vorher 8 Millionen ausgegeben, da brauchen wir nicht drüber reden, aber, äh, ja, haben wir nochmal einiges eingenommen, hat sich gelohnt, nochmal ein bisschen was zu schaffeln, und jetzt habe ich tatsächlich doch wieder ein bisschen Gold, ein bisschen ein Polster, dass ich das ein oder andere Transmog noch kaufen kann, beziehungsweise dann, wenn Shadowlands wirklich released ist und wir mit den Berufen durchstarten können, kann ich auch investieren und dann meine Berufe schnell, denke ich mal, vorantreiben, um das ein oder andere zu craften, um wieder ein bisschen Gold zu machen. Gut, das war's soweit, schreibt mir gerne eure Gedanken und, ähm, Anregungen in die Kommentare und dann sehen wir uns in Shadowlands und mal schauen, was wir da so an Goldmethoden rausziehen können. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Teller, bis zum nächsten Mal, ciao! Tschüss!